Du bist dir aber irgendwie unsicher. Was? Nein, ich bin mir ja unsicher. Nee, nicht unsicher. Hast du mich deswegen versetzt? Was? Ob du mich deswegen am Flughafen versetzt hast? Was? Nein, ich hab dich angerufen, weil ich wollte, dass du mich abholst. Ja, du hast mich aber eben nicht angerufen. Was ist bitte mit diesem Scheiß-Handy aufhören? Ich komm nach sechs Monaten aus Afrika zurück. Nach sechs Monaten harter Arbeit. Und du empfängst mich so. Ja, wie? Ja, keine Ahnung, wie. Entschuldige, das ist Leon. Warum geht's? Ich...ach... Ich bin seine Schwägerin. Wir are just mit dem zu sagen. Ich bin seine Schwägerin. Ich bin seine Schwägerin. Untertitelung. BR 2018